Herzlich Willkommen zu Mototech. Wir wollen uns heute mal mit dem Starlin DaVinci 2S und vor allem dem Funktionsumfang beschäftigen. Wir haben mit dem DaVinci 2S ja jetzt etliche Kilometer zurückgelegt und wollten euch eigentlich jetzt einfach mal einen Eindruck vermitteln, wie es denn so ist mit dem Dashboard und vor allem was es alles kann. Also ist der Preis gerechtfertigt für ein Dashboard. Viele denken ja, es wäre nur ein Display. Wir werden euch eines Besseren belehren. Vorab gab es ja schon ein kleines Video zur Installation. Das findet ihr bestimmt auch irgendwo in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt drauf los und schauen uns an, wie das im eingebauten Zustand und fertig programmiert aussieht. Das Dashboard steckt jetzt hier in der GSX-8000K9, gibt es aber für etliche Modelle Plug-and-Play-Kabelsätze oder einen allgemeinen und universellen Kabelsatz, den man auch mit ein bisschen Geschick anschließen kann. Hier sieht man schon die Firmware und Boot-Version. Das ist jetzt also die aktuellste Version im Moment. Und dann sehen wir schon, dass hier und hier Lichter leuchten. Jetzt ist das erste Thema, dass man die ganzen Warnlampen, die hier runter gehen, entweder aus einer Vorkonfiguration wählen kann oder komplett frei belegen. Ich habe jetzt hier das Neutrallicht. Ich habe hier eine Öllampe. Ich habe hier, dass mein Sprit leer ist. Das ist auch alles korrekt. Die Sensorwerte, die kann ich entsprechend anpassen. Wenn ich jetzt sage, der Wert stimmt zum Beispiel nicht und mein Tank ist noch gar nicht leer, dann kann ich mir bei der Kalibrierung einen Low- und einen Max-Level setzen. Ich kann jetzt gerade mal kurz schauen, ob man das hier so hinkriegt. Alarms, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Fuel. Und dann kann ich hier diesen Activation Threshold, also ab wann es aus und angeht, einschalten bzw. kalibrieren. Ich kann kalibrieren, ob das Licht aus oder angehen soll. Buggy kann das Reservelevel und einen vollen Tank angeben. Und so funktioniert die Kalibrierung der Sensoren, also ohne dass man irgendwelche Volt-Werte oder Spannungswerte selber auslesen muss, sondern ganz einfach hier rüber. Gleiches ist dann mit Fernlicht zum Beispiel, wenn ich jetzt hier drücke. Fernlichtlampe oder hier. Selbes mit den Blinkern. Funktioniert also alles absolut problemlos und geht sehr schnell. Zumal, wenn man das Dashboard installiert, schon die wichtigsten Grundfunktionen in einem Grundsetting abgespeichert sind. Das heißt, es ist also wirklich Plug-and-Play. Man kann losfahren. Was das Dashboard dann auch bietet, sind mittlerweile vier verschiedene Bildschirme. Wir haben jetzt hier einmal den Race-Bildschirm mit hier schöner Rezahl-Skala. Groß dem Gang. Geschwindigkeit ist hier unten ganz klein. Aber wir haben hier dafür Laptimer-Funktion. Da kommen wir später drauf. Und Lean-Angle-Messwerte. Können wir euch später auch noch zeigen. Wir haben hier so ein Street-Mode, wo dann die Geschwindigkeit ein bisschen größer ist. Hier Trip-Zahlen, Einzeltrip, Gesamtlaufleistung. Der stimmt jetzt hier nicht ganz, weil wir da den Sensor noch nicht richtig kalibriert hatten. Aber auch hier könnte man jetzt Rundenzeiten abbilden lassen. Ist frei konfigurierbar. Dann haben wir hier so ein Analog-Display für Rennstrecke und ein Analog-Display für Straße. Und die ganzen Werte sind frei konfigurierbar. Und wenn ich möchte, kann ich noch zahlreiche Sensoren mit dazu anschließen. Sprich, ich könnte jetzt, wenn ich möchte, Federweg-Sensoren mit anschließen, die es direkt von Starline gibt. Ich könnte Öltemperatur-Sensoren, Ansaug-Luft-Temperatur zum Beispiel ausmessen. Und so könnte ich mir da eben ein Array von Sensoren zusammenstellen, wie es bei einem richtig professionellen Dashboard eben der Fall ist. Also ich kann hier alles Mögliche noch mit verkabeln und direkt einstecken. Das funktioniert alles über den Kabelbaum oder über Zusatzstecker und Module. In dem Fall haben wir jetzt aber das Nötigste. Also greifen quasi nur das ab, was uns das Motorrad sowieso schon liefert. Plus wir haben den Vorteil von GPS-Speed. Das heißt, wenn ich jetzt eine Übersetzung ändere, auch auf der Rennstrecke, dann wird mir das nie meine Geschwindigkeit durcheinander bringen. Und ich habe eben durch diese GPS-Funktion auch den Vorteil, dass ich auf einer Rennstrecke das ganze Thema als Lab-Timer und Data-Recording-Tool verwenden kann. Und dazu kommen wir jetzt. Im Endeffekt habe ich hier auf dem Display, sobald ich auf eine Rennstrecke fahre, eine kleine Anzeige, die mir sagt, ich war jetzt letztens auf dem Hockenheim-Ring, da kommen wir auch gleich dazu. Dann kommt hier eine Anzeige, quasi Track erkannt, Hockenheim-Ring. Das habe ich bisher mit dem Corsaro von Starlin und mit allen Starlin-Produkten so gehabt. Und das funktioniert wunderbar, dass quasi eine automatische Track-Erkennung hier aufpoppt. Ich gehe nur auf OK und muss nichts weiter machen. Keine Koordinaten abfahren, keine Knöpfe drücken, nichts mehr tun. Einfach den abgespeicherten Track bestätigen und ab da, wenn ich das erste Mal rausrolle, wird die Zeit genommen. Das ist jetzt natürlich ganz lustig, weil ich habe dann hier wie gesagt meine Gaps, meine Bestzeit und meine derzeitige Zeit. Ich kann dann auch einstellen, dass hier eine Lampe leuchtet, wenn ich unter oder über meiner Bestzeit bin. Was ich vorher noch vergessen habe, aber selbstverständlich ist, ist hier oben die Leiste. Das ist der Schaltblitz. Der funktioniert sehr schön hell und sehr zuverlässig. Also auch wenn man ihn nicht ganz im Blick hat, das soll ja ein Schaltblitz machen, warnt der einen unterschwellig davor, hey, du solltest hochschalten. Geht also alles wunderbar. Aber wo es dann wirklich interessant wird, ist nicht am Motorrad selbst, sondern hier später am Laptop. Und da kommen wir jetzt mal dazu, dass wir euch einfach so ein bisschen die Data-Recording und Laptime-Möglichkeiten des Geräts näher bringen. Also ich habe jetzt hier mal meinen Laptop aufgeschlagen. Da habe ich jetzt einfach eine Runde runtergezogen. Sprich, ich kann mir mit dem kleinen Stecker hier, der bei mir seitlich am Dashboard sitzt, einfach einstecken und die ganzen Daten runterladen. Das wird sortiert anhand dessen, welches Datum und wie viele Sessions und so weiter und so fort. Das Motorrad erkennt auch, wenn ich rausfahre, eine Session oder ein Turn fahre, die 20 Minuten und danach das Motorrad wieder ausschalte, okay, Turn vorbei. Dann werden diese 20 Minuten zusammengezählt und das, was danach kommt, wieder als extra Session. Ist also ganz schön cool gemacht. Zudem haben wir auch noch die Funktion Strecken, die nicht bekannt sind, per Push-Button quasi einzuprogrammieren. Das heißt, ich fahre über die Ziellinie, drücke, drücke beim Zwischensektor und dann hat das GPS automatisch die Koordinaten. Aber hier mal zu Hockenheim. Wir haben jetzt hier tatsächlich alles, was wir brauchen. Wir sehen hier einmal die Karte vom Hockenheim Ring. Die könnten wir uns jetzt auch auf Google Maps quasi anzeigen lassen. Ich habe das jetzt einfach so. Hier neben diese ganzen hektischen Linien, das ist jetzt quasi mein Data Recording. Hier habe ich die Anzeige von Gang von den G-Werten, also Beschleunigung, Längs- und Querbeschleunigung. Ich könnte hier meine Lambda-Werte mitnehmen, mein Lean Angle, also meine Schräglage habe ich hier, jeweils in Min und Max für die Runde und den Value aktuell da, wo ich auf der Runde stehe. Ich habe meine Drehzahl, ich habe meinen GPS-Speed, ich habe meine Drosselklappen-Position hier drin, also schon einige nützliche Themen. Dann habe ich hier jetzt mal eine Runde, das ist eine 1,57 gewesen, also nichts Berauschendes, aber die könnten wir jetzt quasi von vorne bis hinten abfahren. Das können wir einmal machen hier über dieses Tool oder wir gehen einfach hier auf der Karte, das ist eigentlich ganz cool, auf einen Fleck und können dann quasi auf der Karte die Runde abfahren. Das heißt, wir können hier auswählen, wie schnell war ich zum Beispiel am Ende der Parabolika. Das wird mein Max-Wert sein, das Motorrad war sehr kurz übersetzt, deswegen nur 247 km hGPS am Ende der Parabolika, also wirklich viel zu kurz. Kurz danach wollen wir mal schauen, wie das in der Spitzkehre aussieht, das ist ja grundsätzlich einer der langsamsten Punkte. Da können wir jetzt einfach hier mal ein bisschen durchgehen und ein bisschen durchklicken. Und da haben wir jetzt auf der Spitzkehre noch knapp 44,3 km h auf der Uhr stehen. Ich könnte jetzt tatsächlich mit diesem Tool auch zwei Runden übereinander legen. Ich habe hier auch eine Tabelle mit Min und Max-Werten der verschiedenen Runden. Ich kann also hier sehen, in meiner schnellsten oder langsamsten Runde war ich höchsten so und so schnell und langsamsten so und so schnell. Und ich kann meine ganzen Sektorzeiten auch übereinander legen. Das heißt, ich könnte jetzt hier zwei Runden legen, das haben wir jetzt aber der Veranschaulichbarkeit wegen nicht gemacht. Und könnte dann sagen, okay, eine Runde so, eine Runde so, hier habe ich jetzt meine Min, meine Max-Werte und den aktuellen Wert aus der Runde. Ich könnte jetzt aber hier auch zwei Runden übereinander legen und könnte dann sehen, aha, hier war ich viel langsamer oder hier war ich viel schneller als davor. Und deswegen ist das eben so interessant, weil ich dann verschiedene Runden und auch Idealrundenzeiten übereinander legen kann und sagen kann, ich habe zum Beispiel eine Runde, wo ich eine Sekunde langsamer war, in der Endgeschwindigkeit, aber 2 km h mehr geschafft, das dafür spricht, dass ich besser in die Parabolika reinkam oder einfach länger am Gas war. Kann dann aber auch sein, dass ich viel zu viel Zeit wieder an der Spitzkehre verschenkt habe und so kann ich anhand von meinen langsameren und schnelleren Rundenzeiten alles übereinander legen und genau sehen, wo ich Zeit verliere und wo ich welchen Fehler gemacht habe. Das sieht man zum Beispiel auch in der Drosselklappenposition, Parabolika sollte eigentlich komplett offen sein. Wenn wir jetzt mal hier bei mir auf die Parabolika schauen, wäre es interessant zu wissen, ob die Drosselklappe komplett offen war. Ah, da werden jetzt aber nur die Volt-Werte leider geliefert. Max-Wert wäre aber 8,34 und den Wert, den ich hier hatte auf der Parabolika, waren 7,53, 7,55. Das heißt, ich bin in der Parabolika unterbewusst nicht Vollspeed gefahren, was ja auch wiederum dafür spricht, dass ich einfach offen stehen lassen soll. Und solche Kleinigkeiten, ich war mir nämlich sicher, dass ich da Vollgas gegeben habe, solche Kleinigkeiten zeigt einem dann halt das Starter-Recording. Und das ist nicht nur beim DaVinci 2S oder bei den DaVinci-Produkten, sondern tatsächlich auch beim Corsaro und bei den kleineren, älteren Stealth-Laptimern ein bisschen abgespeckter Form möglich. Deswegen, mal ab davon, dass es auf der Straße einfach sehr cool aussieht und total wichtig ist, ist es wirklich ein sehr geiles Tool, um zu sehen, wie bin ich wo gefahren und wo mache ich welchen Fehler. Was dann im Umkehrschluss wiederum dabei helfen kann, einfach schneller zu werden. Deswegen, das DaVinci 2S sowie die ganzen anderen Starline-Produkte zwar relativ teuer, weit über 1000 Euro, gerade jetzt als komplettes Dashboard, aber Data-Recording-Tool. Ich habe die Möglichkeit, noch mehrere Kanäle mit einzubinden. Es sieht fantastisch aus, also es sieht wirklich sehr, sehr wichtig aus. Jeder glotzt in das Dashboard, wenn er an dem Motorrad vorbeiläuft. Und es ist eben nicht nur zum Spaß, sondern wenn einem jetzt das alte Dashboard bei einem Unfall beispielsweise kaputt gegangen ist, könnte man wirklich überlegen, statt einem neuen Dashboard und einem Lab-Timer, sowas zu kaufen. Vielleicht auch irgendwo mal gebraucht schauen, aber es lohnt sich auf jeden Fall zumindest etwas zu haben, womit man so ein Data-Recording betreiben kann. Sprich, einen GPS-Lab-Timer, einen ordentlichen, gerade von Starline gibt es da zahlreiche Produkte, gibt auch Konkurrenzprodukte von AIM oder dergleichen. Aber das DaVinci ist wirklich sein Geld wert, funktioniert fantastisch und wir hatten damit jetzt eine ganze Menge Spaß. Und jeder, der auf das Motorrad gesessen ist, hat den Grinsen im Gesicht, weil jeder gemeint hat, boah, das sieht ja aus wie bei einem Werks-Motorrad. Von daher hoffe ich, dass wir euch heute einen Einblick geben konnten in das Data-Recording, das mit dem DaVinci 2S mega simpel zu betreiben ist. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, beziehungsweise wenn ihr selbst mal Erfahrungen damit gesammelt habt oder irgendwelche Anmerkungen habt zu Starlane, zu AIM, zu den ganzen Produkten, die es sonst so gibt, dann nur in die Kommentare damit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.